Yo, ihr Lieben, es ist Schabanz und Herzlich Willkommen zum zweiten Teil von Wenn Minecraft YouTuber malen, Leute. Und ja, vor zwei Wochen ist es her, dass der erste Teil kommt, Leute. Und ich dachte mir mal, es ist wieder Zeit für eine freshe Folge. Wird ein bisschen länger dauern, holt euch ein bisschen Essen, Trinken, weil der Geil scheiß wird. Geil, also haut rein, macht's gut, gebt euch den Shit und fetten Like da lassen. Ciao. Klingt mal auf Start, Mann, wer auch immer jetzt hat. Ich hab die Idee, Junge. Fängt jetzt irgendeiner an zu zeichnen? Ja, Lama ist an die Macht. Ja, ich hab's. Wow. Komm. Ja, wenn du den Baum noch... Oh, schau. Ja, Mann. Tom, Tom. Mach da eine hier, Chips-Tüte. So. Achso, stimmt, ich bin. Oh, fuck. Nee, es wird das ein Krapfen. Hör auf, jetzt. Mach hier die beste Zeichnung aller Zeiten, Mann. Komm mal auf, hier. Das hier könnt's doch gar nicht wissen, Mann. Mach mal's an die Macht. Da wirfst du deine ganze Scheiße rein. Hier. Ah. Er sagt, ah, er hat keine Ahnung. Oh. Hier, komm. Jetzt müssen wir das eigentlich wissen. Ich mach's hier noch ein bisschen schöner. Ja, guck mal. Ey, wie schreibt man das? Ja, guck dir diese Zeichnung an, die es kille. Ah, Biotonne sagt man. Ah, ja, genau. Richtig dumm. Ey, ich wollte gerade schon so so lang Komposthaufen aus. Komposthaufen. Wie macht man ein WC? Hä, Schablo Yeti. Wie macht man ein WC? Was? Hä? Oh, ich weiß es. Ja, ich nicht. Nein, hä? 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 Superman. Achso. Ist es das, ist es das schön geschriebene Wort? Hä? Hä, bin ich das dumm? Hä? Ja, schon. Was kommt da jetzt raus? Pisse oder was? Klowasser. Ey, das, was da oben drauf hieß. Achso, nein, wie heißen das nochmal? Ja, ja, ich hab's noch. Oh, 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 Digga. Ja, ich hab Klo-Deckel geschrieben. You just business chosen a word. Oh, das ging so lange. All fine. Ja, auf die Fresse, Mann. Ja, abends, Junge. Oh, ich schau doch mal da oben. Achso. Jetzt hör auf mit solchen Wörtern. Verkehrsordnung. Was für das ist Kloos, Mann? Es gibt so ein Wort, es gibt so ein Wort. Ja. Es gibt so ein Verkehrsordnung. Hä, was ist das? Ich verstehe es nicht. Hä, ich hab, nein, ich hab Männchen mit ein N geschrieben. Männchen. Ich hab noch nie gehört, dass ihr mal Ampelmännchen gesagt habt. Hä, ich hab nichts ausgewählt. Ich bin. Was ist das? Hä? Beine. Fliege. Oh. Was trinkt man auf der Fire? Was machst du denn? Machst du jetzt einen Schwanz rein oder was? Was ist richtig auf der Fire? Annegret. Hä? Das ist doch normal, ne? Annegret. Ja, ich hab's. Oh shit. Oh. Ja. Anaboli. Scheiße. Ich trage kein Anzug. Nein. Ich trage ein paar Wörter. Jetzt kommt es. Lungs. Dann gibt es da so Leute, die fahren. Was machen die? Achso. Ja, ich hab's. Wow, shit. Ich hab's. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Verkaufsversorgung. Das Wort kommt. Ne, dann geh ich mir jetzt. Frag, Digga. Was ist das? Hä? Was ist das? Da ist ein O in der Mitte. Das ist ein Pfeil. Na, ich check gar nichts, Digga. Hä? 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 Hopieren? Hä? Ah, jetzt bin ich, Digga. Was es hier für Sachen gibt. Ah, hier. Leute, machen hier mal ein bisschen mit Erklärung. Hier. Das hier soll, äh... Dein Schwanz sein. Kleine Ohre. Das hier, das hier soll ne Brücke. Das hier soll ne Brücke darstellen. Hier mach ich sogar noch ein bisschen Wasser. Du weißt gar nichts. Halt den Maul jetzt mit Grundstücksverkehr. Hier. Hier. Und hier lebt ein Typ. Hier lebt ein Typ unter der Brücke. Was bist du, wenn du unter der Brücke lebst? Komm. Ja, komm, Digga. Boah, ich hab die Beführungsüberwachung aufgenommen. Aber so gesehen ist man doch gar nicht, ob das los ist, wenn man unter der Brücke rum hat. Der ist jetzt zu Hause. Ich mach's mit Absicht. Hä? Hä? Was ist das, Mann? Es ist eine Kuh. Hä? Hä? Was ist das? Hä? 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 Ist klar. Ah, was ist das? Abonnier. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Was soll das denn bitte sein? Ich check, ich check. Ich check gar nichts, Digga. Hä? Ich hab Graffiti doch vorhin reingeschrieben. Hä? Ah, ich hab, oh. Ich hab mit einem F geschrieben, Digga. Das kennt alles. Nee, das ist mit zwei T. Äh, oh. Ja, ein F und zwei T. Ja. Oh, wie schreibt man das nochmal? Wie schreibt man denn die Scheiße, Mann? Zwei E und drei T. Okay. Okay. 10 Sekunden noch, guck. Äh. Ah. Ah. Ich bin zu spät gewesen. Alarm. Alarm. Hä? Ich kann gar nicht malen, aber ich bin noch dran. Hä? Wer ist? Wer ist dran? Okay, ist dran. Er hat nicht gemutet. Es geht. Hahaha. Hahahaha. 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 Oh Gott. Leute, ich hab's. Hahaha. Hahahaha. Hahahaha. Ist so. Digga, das ist eigentlich. Hier. Ja. Ja. Komm, hier. Punkt. Prüfung. Punkt. Wenn du den Punkt nicht hast, dann hast du nen. Komm, Jungs. Komm, alle. Was? Wenn du den Punkt in der Prüfung nicht hast, dann was machst du dann? Was macht man in dem Leben? Man macht im Leben viele... Fehler. Hahaha. Hahahaha. Hahahaha. Lutschen. Hahahaha. So. Jetzt fangen wir erst an. Hä? Bruder, ich check gar nichts. Ich auch nicht. Das hat niemand gelesen. Was sagt jemand? Homos. Ah. Ne, doch nicht, Digga. Ich hab keine Ahnung. Digga, was versuchst du uns hier damit zu sagen? Ja, das ist die Zahnseite, du Menschen. Hahahaha. Das ist mit Zahnseite. Hahahaha. Das ist mal gut. Ja. Hahahaha. Ja. Hahahaha. 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 Er ist ausgezahlt. Er ist aber gegangen. Er ist nicht ausgezahlt. Hahahaha. Hahahaha. Das ist gar nichts mehr. Ehh. 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 Was soll das sein, man? Ehh. Ah, thats raun, gehst zurück. Hahah. Hahaha. Er mutet... Wär mal kurz... Ja! Was, ich bin nur 2. Hahaha. Mit 5 Punkten, alter. Leute, das soll es von dem Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, zeig es mit deiner Bewertung. Schaut bei allen vorbei. Link in der Videobeschreibung von allen Leuten. Haut rein, macht's gut und ciao.